Blizzard World Oh, und ich bin Support, yeah Cassidy Soll ich Diva nehmen, oder wen? Ja, Diva ist gut Diva, Winston Alaska, dann bleib ich Diva Ich steh nicht rum I like Munching Rocks Great Yee Ich will break this world Shout out to Du Dwayne Not Games Der Genji, Alter, egal Das ist gut Yes Du, 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 du Cock Cock Oh, die spielen Dings hier Venture Ah, okay Ja, ich wusste es Okay Oder Sigma Nein, nein, nein Sigma Balls Oh, Treffen Sollte gelernt sein Discard, oh, erfleckt mich Ähh Oh, die hat nen Headshot, Alter Ja Kommt zurück, Janik Kommt zurück, Janik Das ist deren Sporn Ja Wir kämpfen Okay Du bist tot Rest an Peace an dich Ja Das war, äh, ja Ne, genau Oh Nehm ich weggebrodt leider Nein, sie kommt mal Mochen Ich muss nachladen Digger, wie schnell wurde ich mit dem gekillt die schloss idee es war real gerade danke aber kuss ja bitte bitte hihihi nee nee ist ja noch nicht morg ich dir warum gibt er mir die ganze zeit das code auf Nein! Unlucky. Das ist richtig unlucky. Nice. Hinter dir sein, hinter dir sein. Aber ich glaube, du sollst gehen. Ja, du sollst gehen. Ja, okay. Ich fall auch, ich fall auch gerade nur um. Oh Gott, ja, ich seh's. Ja, die sind auch Diva gegangen, weil sie denken, es ist lustig, mich zu kopieren. Hallo. Finde ich wissig. Wer ist denn gut gegen Diva? Digger, ich wusste, der Heal. Hallo. Äh, Zaya. Zaya, Reinhardt. Danke. Komm, dann probier ich einfach mal Reinhardt. Weil ich lange nicht gespielt. Ja, Digger, Diva. Ja, ich hab dich da nicht heilt. Ja, ich hätt auch noch Discord auf. Aber der MecGestone. Oh ne. Oh man. Hinter uns, Venture. Hinter uns, Venture. Ah, ah, ah. Ich hab Ash. Ah! Ja, du Wixxer. Du Wixxer. Ich? Du hast Bob in mir gewuscht. Ja. Echt? Sorry. Hatte ich nicht gesehen. Schade. Okay. Das war nice. Venture da oben. Venture immer noch da oben. Ja. Let's one shot, nice. Oh, der war schön, Genji. Ich habe ihn in der Luft auch noch geötet. Ich kann ihn noch nicht heilen, Luca. Ey Junge, denkst du, du bist lustig, Alter, der Tank aus dem Gegner-Team? Bist du lustig, dass du die ganze Zeit wechselst? Nein, bist du nicht. Lösch dich. Wechsel dich halt noch mal, um dich zu kontern. Weißt du wem? Ja, Rem. Zum Beispiel. Ja. Oder? Ja. Man, ich treffe alle außer Janik, ey. Ich weiß es nicht. Janik, 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 Janik. Ja. Bro, Herr. Ich wusste nicht, Janon. Jetzt bist du nicht allein. Du bist auch so ein Wixer. Komm runter, Junge. Es holt, es holt, push ihn, push ihn. Mom, man. Ja. Mom, man. No, Ryan, we won. Krink, 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 krink. Oh, es ist Neues, Alter. Janik, hört ihr das Autos vorher weg? Ja. Ja. Ist es neben mir. Oh, auch gut. Okay, ich höre es nur noch relativ laut. Weiß ich, warum Feuerwerk ist. Oh, awesome, Nate. Ich dachte erst mal ins Feuerwerk in-game, Luca. Oh, schöner Headshot. Hättest du dich früher Headshot geben können? Sorry. Wow. Digga, Mercy, hör auf mich zu resen. Genau. Mercy, what the fuck. Ich soll mal lieber mich resen. Alter, Janik. Was ist los? Ich hab High nun, hab High nun. What the fuck. Kannst du die Moira High nun? Wie gesagt, Solo-Ultz sind die schlimm. Aber du kriegst jemanden. Ja. Perfekt. Nicht die Moira, aber immerhin. Ah, Leute haben den Heil und geblockt. Abholt. Ja, Ken, ich pack mich hinten ab. Kannst du ein bisschen zurückkommen? Obwohl, ne. Oh, ja. Er schläft. Ich hab den Genji gekriegt. Halt W, Halt W. Sehr schön. Jawoll. Ich hab nicht gedacht, der Gegner wurde genanot. Nein, 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 nein. Boah, ich bin bezüglich. Mein Kuh-Button ist fast rausgefallen, glaub ich. Hallo. 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 Oh, die haben Bashen, natürlich haben die Bashen. Sorry, so doch. Er geht High-Ground. Bashen geht High-Ground holen. Er poppt gleich da oben raus. Ja, ich geh mal, ich geh mal anders vor dem Folien. Nein, nein, nein. Machen Sie nicht. Bashen ist da irgendwie. Ich wurde gesuked. Bashen ist down. Bashen ist down. Oh. Ja, Nick, auf. Nicht kämpfen. Alles gut. Hab ihn. Nicht, aber... Hinter uns Reinhard. Ja, er ist da. Ja, er ist da. Perfekt, perfekt. Oh Gott, Bashen. Er schläft. Moira. Help meee. Best Schatz ist selbst gekillt. Get up. Oh, du bist ja cool. Du bist ja ein richtig cooler Spieler. Solo-Ulti. Denkst du auch, du bist gut oder so. Mit deinen 9-6. 9-6. Ja, jetzt seh ich dich, Luca. Jetzt musst du's haben. Was. Hast du ein Loser, Junge. Jetzt musst du's haben. Ich frag mich aber mit wem. Ich hab noch nie in der Runde so viel geswapft wie jetzt. Ja, Berater. Was? Ah ja. Das hätt ich besser gemacht. Das würd ich jetzt auch gemischt haben. Ich hab gar nicht Fehler bei irgendeiner Ulti-Club gehabt. Mann. Sollte heute nochmal Luther spielen. Boah, das hat ja auch so viel mit Skills zu tun. Agreed. Na, er stimmt dir zu. Nice. Ja. Ah, 92. Welche Palperstufe bist du eigentlich, Annick? Äh, 22. Fast. Also dafür, dass du nicht so viel spielst? Ja. Ist doch eigentlich... Not bad. Eigentlich. Oh nein, wir haben Cappuccino in der Runde. Hi. Was? Ciao, Puccino. Und der eine heißt Borstiger. Hallo. Greetings. Greetings. Ah, bei der Außenseiter. Irgendwo. Okay, lass dich jemanden jagen. Da! Kommt her! Oh! Die Sommerer sitzt hier. Ja, ich hab auch gesehen. Wo? Junkertown. In der Ecke. Mein Gott. Das schreit doch nach. Ne? Ja. Oh, ich könnte Lucio gehen. Lucio. Ist JQ hier gut? Ja, Heimvorteil. Heimvorteil, ja. Heimvorteil, ich wär's mir gut. Ja, sie ist auch gut. Ja, sie ist auch gut. Dann bleib ich. Ich kann's auch richtig dominieren mit dir. Dann bleib ich bei ihr. Hier ist auch Bastion gut. Jeder der Highground halt nehmen kann. Das heißt, D.Va wär halt auch gut. Winzen auch. Ram sowieso. Ich kann was sagen. Dass Ram überall gut ist, hab ich mittlerweile begriffen. Aber ist das halt auch so. Ja. Bei First Point kann Reinhard auch übel dominieren. Ja, ich kann Reinhard nicht. Null. Also das Gute ist, du kannst es halt so merken, wenn Reinhard gut ist, ist Ramatra besser. Ja, das weiß ich. Wieso war ich grade im Voice-Shit? Und Hawk ist halt eigentlich auch gut. Auch hier. Aber gefährlich an Hawk, wenn du einmal in bist und Mauga kommt, hast du verloren. Dann musst du weg sind. Und die soll Winston. Die wird instant gehackt. Okay. Spaß. Die Runde wird gut. Ja, die Runde wird richtig gut. Okay, die Runde. Okay. Wird sehr interessant. Doch, Genji, Digga, du Hurensohn. Okay, hier ohne. Okay. Hallo. So. Konter kracht sehr gewaltig. Ja, die drücken gut Damage. Die haben gute Helden. Mhm. konnte mich wünscht nicht irgendwie er ist halt mobiler als du aber du bist wenn er nahe kommen sollte hast du den vorteil die haben als sommer sommer ist absolut für dich und den jahr ich krieg gar nichts denn so tot und wir haben sommer alle die amerikaner sich dem baller creme anhelden das leckere headshot das was ja wie das überlebt er hat eine gute achse zu bringen lucio kommt dazu wir sollten gehen nicht hier im haufen stehen wir machen viel aoe damage ich hab high nun ich hab high nun aber munzen munzen ja oh oh kein Problem ja ich bin tot 1 gegen 40 let's go boah nein die ult wär gut gewesen hätte er nicht geultet du hast alle getroffen mit der ult ich lebe noch also na ich hab noch gelebt chat einfach janik let's go lassen wir hier links hoch ja aber deren heal ist einfach wieder viel zu gut auch wenn es nur zen und lucio sind munzen ja komm mal stell dich hin also meine pump macht sogar ja kein schaden jetzt durch dieses fenster high nun durch das fenster welches durch mein ult ich hab abgedrückt ich war jetzt eher zurückreflektet hier ach der hohensohn ich dachte du weißt wie genji hohen sind jetzt ok my bad my bad my man ich hab nicht gesehen dass das genji war scheiße alter der hohen ja ok sorry tut mir leid kommt dich ab hallo wie sollt'n gehen tp mich mal weg alter jannik was passiert bei dir jannik was passiert hier bei dir keine ahnung alter die mercy chat alter jannik wird absolut gemobbt ja dieser scheiß winston ey ich halte dich am leben jannik ich halte dich am leben ja bitte alter jannik alter alter du kickst immer noch you're still kicking wie kann es sein dass ich ich mach ich hab 4000 schaden und zwei kills wie du machst mit ihr einfach keine kills diese scheiß pump kann man kein schaden ich weiß ich hab's geklippt weiß ich nicht ich weiß ich hab's geklippt weiß ich nicht ja sorry ich hab dem so viel damage gemacht der stirbt einfach nicht ich hab hei nun bei du ey ja komm her kommt so ult mach hei nun mach hei nun mach hei nun mach ok hackt leck mich ja ich halte wie es geht aber ok das war's ja ja L runter wirklich L Team also uiuiui jannik das war zweimal ul zweimal Arsch ey du konntest nicht dafür ich hab gesehen was du machen musstest beim ersten mal block Genji aber beim zweiten mal werde ich hackt jetzt sie jetzt dann ich auf